Musik 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 Wir kommen für hier stehen bleiben Musik 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 I can do this right. Fahre zurück. Kontrolle. Der Verdächtige ist weg. Er fehlt, komm zurück. Der Verdächtige ist weg. Ich meinte, dass wir es gebüßen. Ich brauche jetzt keinen Sterben. Der Verdächtige ist weg irgendwie schauz es. K ara Bah. Es ist nieme. öscht. Maik, Maik, wenn ich dich kriege, hoffentlich schaffe ich das noch, das Ritual. Adi, due, Damballa, verlei mir die Kraft, ich flehe dich an. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und ich brauchte noch nicht mal diese bescheuerte Gutkei-Profe dazu. Das Gutkei-Outfit reicht dafür voll und ganz aus. Herr Rudutau hat funktioniert, dank John. Und nun, nun ist Maik. Endlich Feierabend. So, Maik, ich bin dabei. Ja, ich lebe, da staunst du, was? Danke, Herr Rudutauber. Der Meister und den lieben Onkel John. Danke, Onkel John. So, Maik, nun zu dir. Ja. Was haben wir denn hier Feines? Das ist eine Tochter. Nicht für meine Tochter. Nicht für deine Tochter. Für deine Tochter. Schöne. Da starte ich jetzt mal einen Besuch ab. Nicht für meine Tochter. Böder. Na gut, da verleine die Macht. Ich leh dich an. Ah, endlich Semesterferien. Wieso ist das Licht an? Ich habe doch das Licht gar nicht angelassen. Hallo? Wieso ist die Kellertür offen? Wo kommt das denn jetzt her? Dann guck mal weiter oben. Hallo? Hi, ich bin Chucky. Spielen wir? Hey, das ist aber nicht die feine englische Art. Spricht gerade die Puppe zu mir? Ja, ich kann sprechen. Danke, geht doch. Ich glaube, ich bilde mir gerade ein mit einer Puppe zu sprechen. Nein. Da irrst du dich. So, ich bin Chucky. Und wer bist du? Ich bin Andy. Hi Andy. Aber weißt du, mein richtiger Name ist Charles Lee Ray. Hey. Hehehe. 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 Endlich, Chucky kommt wieder frei. Hehehe. Mach's gut Andy. Hehehe. 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 Hehehe.